Ich war blind, doch jetzt kann ich sehen. Eine Tablette täglich und ich war ohne Limit. Ich bekam Lust auf Kultur. Seit wann sprichst du Italienisch? Ich beendete mein Buch in vier Tagen. Reden wir nochmal über meinen Vorschuss. Mathematik wurde nützlich. Aus 12.000 wurden 2,3 Millionen in zehn Tagen. Ein verblüffender Kerl. Also, Edimora, Sie wissen, dass Sie ein Freak sind. Was ist Ihr Geheimnis? Medikamente. Ihre Fähigkeiten sind eine Gabe Gottes oder wer auch immer Ihr Leben lenkt. Ich räume Ihnen einen Kreditrahmen ein. Sie wollen sicher ein paar Spielsachen haben. Wie viele von uns wissen schon, wie es ist, eine perfekte Ausgabe seiner selbst zu werden. Was soll es kosten? Zweiteinhalb. In Ordnung. Alles, was ich habe, möchte ich mit dir teilen. Was ist, Schatz? Denkst du, du wirst beobachtet? Mein Gehirn setzt zeitweise aus. Ich kann mich an die letzten vier Tage nicht erinnern. Ihre Fähigkeiten sind nur geliehen. Sie werden uns damit noch umbringen. Was passiert, wenn Ihnen der Stopp ausgeht? Sie sterben. Es gibt kein Szenario, in dem Sie dieses Leben führen und nicht für mich arbeiten. Kein Szenario. Ich sehe jedes Szenario. Ich sehe 50 Szenarien. Das macht das Zeug, Karl. Ich bin Ihnen 50 Schritte voraus. Ist es das wert? Was würdest du tun? Untertitelung des ZDF für funk, 2017